wir haben die Spacken was dann weiter erlernbar macht von Basel die Fackel mit abgestattet ich hab gebraucht du laberst wieder als ich gemacht hier alles verwendbar ist nein ich meine der mein kart war noch bei mir eine Fackel wird gegründet mann wie du mich gerade der Ankraft gut lustig lernen oder dann noch zum spaßzeit einladen das ist nicht eingesammelt bei einem russischen Ort ich habe in der Zeit mit nachgeschaut und er hat die Fakten bei sich ja voll lernen ich hab sie direkt in seine Sachen geschmissen also muss er sich haben und sie wollen das geschaut 8 Schuss scheiß ich habe keine Stiftung an den ganzen Land und wenn man alle mit denen bei der Kassel die Fakten vorliegen wir haben die Fakten wiedergeben ich hab die nicht gern die liegen hier um weiter und ich brauche die auch wieder bei mir im Arsch brauchst du die wieder die Lagen über die doch nicht mehr ja ich hab sie doch jetzt ich hab sie doch jetzt wo es in der Leerung gibt es nicht darf so ein bisschen ja er muss sie noch mal neu bauen er war schon wieder hier sonst hätte man hier nicht ungebracht die ist zu Ende warum wollen ja Arndt Kost und ist nun hause weil es nicht um die Kisten machen soll ich die Hunde die Säge holen und dann noch mal sterben und dann soll es abgehen Rund Acker in den Klinik ich ich schweiz ich habe mich nicht mehr und es hängt nicht das es ist ein bisschen schattenflüssig los Kokely es geht gar nicht wir sind in der Unterlegung zu fahren oh ja ich könnte so eine Schiene bauen die auslösen als er was war das ja ja mann wo bist du was war das wertvoll alter du bist bei mir Holz Werkzeug Sandgravel ich bin 6 zu dir gelaufen also wo soll die Kiste oben ganz oben da wo das Dach ist, leh am Dachboden alter Bomb weil die so eine Funktion haben am Dachboden wo kannst du die auslösen so langsamer Balkon und nicht mitten im Weg vielleicht darf man mit hier ja hier sollen die Ecke okay habt ihr es da? ja ich mach mal kurz den Erdblock rein ich hab auch was reingetan ich hab erst mal wieder neu machen das nicht zu erklären doch wenn mir ist nichts drin mir ist auch kein Erdblock drin na ja ich hab dann wieder raus vielleicht ist es nur für einen Privat warte ich fahr mal kurz zu dir rüber und guck mal also ich hab die Sachen bekommen die auf der anderen Seite drin waren ich hab 27 Knochen rein und die kamen dann wieder hier an ja klar weil ich probier das jetzt einfach wenn ich jetzt mal drüben teste ich guck das mal kurz warte vielleicht ist es ja doch nur privat ja scheiße nee das wär cool weil dann müssten wir dir die Ding wieder wegnehmen bist du schon da? nee ich komm grad nee ich komm grad miau alter boah fick dich leer dann könnten wir noch eine Mobfalle tun und dann immer wenn jemand was äh äh tötet dann kann er es gleich ähm Dings halt ins Lager bringen wo ist die Elias? nee nicht bei warum gehst du denn nicht warum gehst du denn zu uns? äh zum Elias? ja weil das doch weh lol wo ist die Elias da hinten? da drin ja für mich ist der Koppel drin das ist nur privat nein warte lass mal das Zeug drin was da jetzt drin ist ja ich tu's rein ich tu den Koppel rein ja genau das ist jetzt drin ich hab doch auch die Sache bekommen die ich reingetan habe auf der anderen Seite genau was hast du was hast du in die Enderkiste reingetan ich hab Knochen grad eben hast du sie grad eben reingetan nein die hab ich wieder rausgenommen ja genau dann geht's mal auf die andere Seite ich hab grad den Koppelstern reingetan und dann gucken mal auf der da drin ist ja genau auf die andere Seite und dann gucken ob der da drin ist dann wetten nämlich nicht und die Piste lieber zu wenn nicht sie öffnen sie ist zu warte für dich ist es dann nein eben nicht weil es nämlich nur ein Koppel drin bei mir jetzt du mal rein ja bis sie sich zu hast es reingetan ja bei mir ist nämlich nichts so das ist nämlich nur privat das ist für jeden alleine lol aber wenn ich da jetzt was reintue ja für dich ist das schon so für die du hast ja die Sachen die du reingetan hast aber ich habe nicht die Sachen die du reingetan hast Maughan um Mann ist ja im Online Modus dann voll scheiße her also wenn ich da jetzt in dir es schwer raktion etwas polster nein kann ich nicht ganz ganz alt und es bin eine wirklich private kiste ja genau ok kurzagelt das ist vollständig Prozent und das jetzt bei der Zeugentwicklung und aufgrund bestimmt das ist das ist wirklich sinnvoll ich kann du kannst und ja aus dem mach ich jetzt auch nein leeren machst du nicht weil dann bei dir nicht zusammen haben du Opfer nämlich zusammen schon seit fünf Jahren ich habe die anderen Sachen aus und die jährlich keine Fackel leeren es ist und zwar wenn es ist das machst du leeren er ist ein solcher achts so jetzt soll ich mal die hier ist mein sachen und das ist die jahre nicht mag mitkommen ich folge dir ich weiß nicht wo wir hingehen aber na gut wir gehen zu meinem versteck gibt das ok warte mal und zwar bau ich den oxidieren generaue ich kann den ich bauen ja doch auch und nur Platz sie hat das erste Mal probierst du immer das machst du um den Brot oder ich will auch auch mit dem anderen Haus nicht Neuer war heute nicht angesammelt Mach eine hin, ne? Tu das. Weit ihr? Wir sind gerade auf dem Weg. Wohin? Ich weiß zwar nicht, wohin. Lol. Alter, diese Boote sind immer noch so buggy. Ja, geil! Man kann endlich über Seerosen drüberfahren. Und ich fahre direkt gegen den Erdblock. Spack. Man kann die Seerosen jetzt zusammenfahren. Geht die dann kaputt? Wo geh wir hin? Wo gehst du hin? Mann, hat den doch irgendwo Lara gedacht.